Also dann, 3, 2, 1, Start! So, habe ich die Ehre und grüßt euch zum, naja, es ist eine Premiere, es ist die Wester Premiere, die war ja eigentlich in einem Livestream stattfinden soll, aber das Internet sagt dazu leider nein. Hat auf Twitch und YouTube nicht so ganz funktioniert, aber jetzt machen wir es in einer normalen Folge, da hätte ich mal so, geht auch. Wir sind alle mal gejoint, das hat jetzt auch schon mal eine knappe Dreiviertelstunde gedauert, bis wir es nachgebracht haben, aber haben wir geschafft. Deswegen, liebe Leute, könnt ihr euch alle mal vorstellen. Servus, also ich mach gerne mal an Anfang, Servus, ich bin der Philipp, man kennt mich von anderen Folgen wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich bin der Tobi und ich bin eigentlich Eicher-Fan. Ja, ich bin der Tino Bummerl und Schlitter-Fan und man kennt mich vielleicht von Instagram. Ja, ich bin der Andi und ich kannte mich von der Dürrenroth. Ja, ich finde der Jan ist, ich fahre heute mit dem Endbetrag ab, genau. Ich bin der Sebastian, ich war auch schon bei anderen Projekten dabei und versuche gerade noch zu joinen. Das wäre jetzt schon. Ja, das wäre schon. So, dann darf ich mal so ein Leid, Eurotruck setzt sich in Bewegung und darf ich mal so ein Leid zu mir schnackern. Ich habe einen Neutral drin. Warum fettet es denn? Ich weiß nicht, ich habe es bloß gemerkt, dass ich plötzlich aufhören bin, dass ich in Gang drin kann, oder? Dann haben wir mal, obala. Ich habe einen Neutral drin, kann. Also ich bin mit einem 145 Economy unterwegs, der Andi mit einem 1308er, der Tino mit einem Euro Truck, der Tobi ist mit einem 1000er Truck unterwegs mit Silo Schirm, der Jan ist mit einem 1000er Truck am Abfahren, der Philipp holt einen 1500er Spezial High Speed. Der Säbi wird dann noch ein Kompakt von und der Tobi, vielleicht spart er dann dem auch noch. Ja. So, und dann haben wir noch ein 1250 Spezial, glaube ich, den wir noch haben. Der steht auch noch am Hof. Ja, und ein Kompakt steht gleich noch am Hof. Ja, das war ein 1500er. Oder 1500er, ja. Wo wollte er anfahren? Einfach mir ein Teil. 179. Was? Vorsicht, dass er bremst. Weil da ein Auto ist. Ah, jetzt geht es nicht raus. Flo, Vorsicht, ich versuche jetzt zu joinen. Okay. Na. So, wir haben jetzt zusammen, haben wir ein richtigen Radio. Ah, wir haben das noch ein bisschen. Also, hier kommen ja viele Exer. Ja. 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 Wenn wir drüber machen und zusammen fahren, dann gehts. Ja, dann heißt es, fahr mal weiter. Das gefällt mir, ja. Ja, da hinten ist dann noch eins, ey. Ach, sind gerade. Das wird jetzt mies. Das holt mir gleich alle in dem Garten zu. Ja. Ja. Das kann gut sein. Sehr wieder groß. Wenn du musst du hinten hoch. Ja, jetzt fahren wir nicht mehr. Haben wir uns alle da noch einen guten Rutsch ins Jahr 2023? Ja. Ja. Einfach gut, weil das gut. Gut. Dann werden wir die 23 angreifen. Was meinst du? Ist doch gut. Okay. Hier niemand hat die in-game-Chat, äh, in-game-Voice an. Wie macht man die auch aus? Äh. Einstellungen. Einstellungen. Also in-game-Einstellungen kannst du hier dann umstellen. Ja. Ja. Dann bleibe ich gleich einmal ein stero-seitlich. mal auf der Straße dicht. Das ist ein stero-seit. So, ist aus. Ja, wir machen das jetzt am Stau-seit. Ja. Jetzt mal auf der Straße. Mal auf der Straße. Ja, das ist jetzt nicht. Mal auf der Straße. Ja, das ist nicht. Ja, eigentlich kein Simpli ist nicht drauf. Nope. Oder hat der in Betracht keins? Hat der Hut auch keins? Der keins. Oh. Der ist ja da mal Mauts-Counter, oder? Oh. Können wir es durch. Ubi. Mach das. Hopala. Burk-Olympik. Philipp, wir brauchen die. Ich bin schnell bei dem Outfit. Nein, nicht der. Hau, ich meine. Also, glaub mir nicht. Ah, jetzt sind Zwischen-Ombi. Zwischen-Ombi. Was? Einmal frei. Schmeiß den, ja, der wird über den Traki schon rüber schmeißen. Ja. Ja. Mach das einmal. Ja. 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 Also die, aber ich habe schon dabei gearbeitet. Guck. Feld geht weit nach oben, Arne. Hä? Feld geht weit nach oben. Ja. Ja. Zum�� duizen. Spannende Ab uns das jetzt los… Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir zwingen mich allein da oben. Wart, wieder oben. Dann können wir von der gescheiten Seite anfangen. Und Leute, ich hab's eh schon irgendwelche Neujahrsvorsätze. Nein. Das werden wir auch nicht unbedingt machen. Ja doch, gesund bleiben. Ja gut, das ist... So sind wir, glaube ich, alle dann zu eigen. Ja. Das ist schon wahr. Aber sonst... Moment schafft man. Hab ich jetzt ja auch nicht. Also... War ein Hobby, den werd ich auch schon von den seligen Tiger fertig bringen. Und jetzt ist ja auch so. Auch vom Lack her oder... Ja, ja, also Modell ist ja... Modell und Getriebe ist ja schon komplett. Ja, fertig. Zwerde, dann die Tage nochmal komplett umwaschen. Ich glaub, das ist ja die Zifferstattung, und den großen Häcks in dem Wald. Ja, aber das ist ja auch noch. Wir haben nur theoretisch 2. Ja, wir sind größer. Ja, was ist das auch noch? Oder Mengele? Nee, ist ja. Ja, den Glas, den hatten wir auch letztes hier genommen. Ja, mit dem Wotan, mit dem auf der Erden gerade. Ja. Da war ein guter, ja. Ich bin wieder weg von euch jetzt. Der Handtick nicht vorbei. Danke. Gut. Das ist jetzt nur ein Weg zur Eignung. Ja, ich glaub, da muss drum herum fahren. Ich bin bei euch schon zu irgendeiner anderen vielleicht noch. Ich bin geschissen, aber wir sind auf oder nach wo, gell? Ja. Ich bin jetzt 75%. Schau mal, glaubst du, da sind wir 20 oder 20 fast. 20 am ehesten. Da sind wir gerade daneben. Ja, ich bin auf dem Weg zu 20. Ja, ich seh's. Da passt's. Da kommen wir da schon nachher. Da kannst du ja dann entweder mit Kalsblau ansetzen. Am besten. Ja, wenn's CP wieder läuft bei mir. Da war ja was auf der Bergmann war, gell? Soll ich dann hoch... Ja, dann komm ich auch hoch, weil jetzt kommt ja... Ja, ja. Mein 50er Schlitt, da kommt er dann da. Ja, das reicht dann. Bis dahin. Ja, der Klaus wird uns ein wenig schwieriger Film machen. Jetzt komm ich jetzt mit Uhr. Also ich glaub zwei, also drei beim Klaus und zwei beim Eurotrack, glaube ich, oder? Ja, der Eurotrack, der hoch hat. Ja, ja. Jetzt starte halt mal kurz. Uh, der rutscht ein wenig. Weißt du, den No Camerflug? Ja, ich bin jetzt schon dran. Du musst ja nur umdrehen. Deswegen hab ich euch gewohnt, wir fangen gleich da oben hoch. Alter, hast du die Stauhütte, die Hitsachen. Ist schon jemand voll? Ja, ich passt. Ja. Ja, ich hab's jetzt dreht. Die sind ja. Ich habe nicht gewohnt, der Heli. Geht dir das zu runter, ich hab's in der El Father. Versuch... ... succes... Doch. Wo? Flogen muss als erstes. Ja. Jetzt sieht man schon, wie er aufs Drüberschmeißer kostet, und es ist schon ein paar Jahre geworden. Jetzt kommt man. Warte Zeit. Ja, das verstehe ich noch mal schnell, obwohl das hin will, gell du. Guck, ich pack das ein wenig. Komm mal nachher dahin. Oder leid, das ist schon voll, oder? Ja. Ich hab jetzt 2% den Aupallern. Ich muss ein wenig umblicken. Ja, passt. Ja, ich kann drüberschmeißen. Gut, dann kriege ich lieber die. Der fahrt bloß 4. Das ist normal. Ja, ja. Nachweg im Aufsatz. Du hast halt den Ding. Ja, du hast den riesen Aufsatz. Normalfahrt noch 6 Meter. Oh. Ist das? Darf ich? Ja, das ist normal 6 Meter. Das ist der 7,5 Meter. Das ist der 7,5 Meter. Wie steht er, dass du da warst? Ja, der ist 7,5 Meter. Das zwingte fast. Ich soll schon... Ja, 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 komm mal raus. Das dauert schon nochmal schnell. Ja. Komm mal kleiner schon mit, dann? Ja. Na? 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 Na, perfekt. Das ist schon weg. Das müsst ihr dann doch bei uns kurz schaffen. Ja, wenn nicht, haben wir immer noch eine Möglichkeit. Ja. Entweder Häcksler will schrauben. Ja, jetzt sind wir aber als Häcksler auch noch klang. So. Als Häcksler auch noch geht aber. Ist schon besser. Oh, die Erde, dass ein Abfahrer kommt. Das ist von mir der erste Gang mit ein bisschen, dass das passt. Wow. Sprit sparend unterwegs. Was? Also der... Ich wusste, der ist in einem 50er, der schlopft ganz schön. Ne. Kramp. Ich mag eigentlich nix tun, aber mit... Ne, 80er Jaguar schießen wir da teilweise mit 20 geht. Sind zwei Reihenständer. Wir fahren mit 9. Ja, wir sind von der Größere. Ja. Das wird jetzt interessant. Du schiebst Anflug. Nein, in der Luft. Laut mir. Aber kann auch sein, dass die Kohl hier mehr ist. Ja, wir haben auch die Kohl. Ja, da steht wieder... Ja, das ist wirklich interessant. Nehmt ihr halt auch den grästen, den es gibt für den kleinen Dracke. Es waren halt auch nur zwei grässere Dracke, oder? Mit kleineren Wangen, als wie der kleine Holger. Aber wenn man denkt, okay, ich lasse das so zusammengehen, wie sie sind. Ich weiß nicht, wo sie sind unterwegs. Äh, mit dem Kramp und dem 850er. Ah nein, 950er. Oder ne, 950er. Der Kramp ist einmal aber am 13... Irgendwie 35er sein. Ne, 50er hat ein... Trotzdem ist noch ein Reishton, der hängt am 1350er kompakt. Ah, 1350er. Äh, warte mal kurz, Zinnl. Also hinten, da ist jetzt hier gar nichts. Ja, doch, Mais. Ja, klar. Ja. 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 Das ist... Gott, Mieselix. Das Todesamt. Wir sind hier weggestogen. Ja. Warte kurz. Obacht, ich bremste es. Danke. Und der Hinker war immer drin. Ich... ich war kurz. Wird nett. Warte kurz auf den Puppen. Ja, ich muss schauen müssen. Das ist schon länger, oder? Ja. Wer kommt hier eigentlich gerade zum Hof? Ich hab gerade keine Namen an. Ja, der Antinomaler ist glaube ich, oder? Ja. Im Eifer. Ich hab jetzt einen Einski. Das ist vorhin mal links, rechts vor Linie hoch. Ja. Ja. Das ist ein Wiesn. Können wir schon wieder nicht wollen. Ey, wir könnten Flügel in den Übergang machen. Ja. Ich glaube, du bist voll. Naja, eigentlich nicht. Ich bin 94. Ich will mir nicht sagen noch nix an. Ja, aber dann bin ich wahrscheinlich voll. Welches Gewicht und so. Naja, dann sag ich eigentlich nix an. Das ist... Ja, gut. Ist ja gut. 94 ist eine gute Menge. Ich schau gar nicht drüber. Krass. Du musst ja nicht einmal ganz schießen. Ja. Ist ja bloß eine Ladung. Das ist ja frisch. Äh, fahr irgendwo rechts oder links auf der Seite. Ist mir egal. Ja. Blo fahren wir immer ohne rum. Ich fahr jetzt kurz unten rum, ja. Ich weiß gar, wo es schnürt geht. Ich hab irgendwo dazu geschnürt. Ja, weil... Fahr da los? Ja. Es gibt noch eine fette Rechnung. Da oben brauchen wir dann auch noch mal den Abfahrer jetzt gleich. Ja. Aber ich wäre jetzt sehr wichtig. Ich schüsste mich gleich auf den Weg. Ne, ich bin jetzt glücklich, was geht. Okay. Oh, der bremst aber echt... ...nit gut. Nein, das macht auch keinen. Ist ja jetzt mit was andern. So, aus der Fahrzeuge sind wir da durch. Warte, wir probieren mal die CP aus. Wenn's geht. Ich hab keine Maus, doch da. Ich hab keine Maus, doch da. Ich hab keine Maus, doch da. Jetzt soll er mal raus, da. Hexen. Okay. Am Hexen, da wäre Arsch wenig FPS grad. Während ist, du kantelst da wegen Hefon. Mit Großräger, ja. Bei mir ist eher Internetproblem. FPS, das ist ziemlich gut, aber... Internet ist da wie... FPS geht bei mir, 60. Ja, ich hab auch durch 160. Ich schließ mal das Curseplay-Fenge da wieder. Ich hab das aus der See oft mal. Mit der rechten Maustasche kriegst du dann eine Maus, und dann kannst du auf die Sieg suchen. Okay. Voll. Jo. Also jetzt waren die so weit hier. So war es so weit. So. Ein Tassel. Noch ein Tassel. Das ist vor allem nicht. Was? Oder in der Kiste. Der ist drin, der habe ich in einem Tassel. Der war es nicht. Der ist so weit weg. Der ist takt, dass eine Entschelung nicht immer wieder besser. Oder in der Kiste. Der ist so weit. Das ist einfach zu weit. Und der ist so weit entfernt, Oh, ich habe einen Schnapp-Ford hier auf dem Sido gelaufen. Was, jetzt? Hey, ich sehe, das synchronisiert sich manchmal so spät, dass ich denke, dass ich noch gar nicht da hergefahren bin am Sido und ich bin schon da hergefahren. He lost it, Lenny. Ja, der Hexler hat so damals schon gekocht können. Also, ich muss einfach bei dem Sido doch. Ähm, fahr auf der rechte Seite. Ich habe eigentlich vorgehabt, zweimal Vorgewende zu machen und dann Elfernet war. Aber irgendwie, zweimal Vorgewende ist ein X-Bahn. Wie kann er sich da äußern? Was kann man jetzt machen? Häng ich denn? Komm, bam. Ja. 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 Generell. Ja. Ja. Da wärst du auch schon bei den Füßen, oder? Äh, Vogt zu präsent. Ja, wir können da mal zu Dino. Darum steht nämlich auch der Klaas. Ist da auch dahinter der Euro Truck. Also bis vorne in der Kurve können wir noch rumflogen. Da ist normalerweise. Ja, nur heute da fahren da. Oh, jetzt hättest du dummt. Ja, wohne ja. Kann man noch mal außen rum, oder magst du Bahn hinfahren? Da hättest du noch mal die untere Frage wären. Ja. Warte kurz. Irgendwann wird das falsch eingestellt. Ja. So. Die FPS. Jetzt. Können wir schon mal bis zur Straße, oder bis vorher früh? Vielleicht. Äh. Ich hab jetzt erst recht gesehen. Also, ja. 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 Ich hab jetzt mal. Über was läuft jetzt der Spree genau, ich mein selber oder wie weit allem privat? Für uns aber. Ja, er lässt, also Chunk-Server oder eh dafür. Ein Hexler da? Ja. Ich mach's nicht. Na, mein, ich geh kurz raus. Muss mal kurz was umstellen. Ja, dann lass jetzt CP-Wer davon. Trägst du was? Das Problem ist bei mir, ich kann CP irgendwie nie einstellen, ich weiß nicht warum. Ja. 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 Ja, ich hab' noch einen Fluss. Ja. 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 Das ist der Winterheil, oder? Ja, oder? Ich hab' den Weg gezählt. Ich hab' den Weg gezählt. Ich hab' den Fünfernenstrieb oder dann weg. Passt. Dann fuhren wir dann gleich nochmal quer um oder fuhren wir gleich wieder hoch? Fuhren wir jetzt wieder hoch. Okay. Also sonst noch nichts läuft mit dem Häcksler. Sonst komm ich auch noch runter zum Eurotank. Weil ich jetzt wieder voll der Eifer. Ja. Blo, das steht dann sehr viel mehr an beim Häcksler oben. Beim Klaas. Ja, mach' ich dann noch ein Problem. Du bist ja schon. Ich hab' den Kopf in den Kopf ausgemacht. Ich hab' den Kopf in den Kopf. Ich hab' den Kopf jetzt noch einen Quadrat. Ich hab' den Kopf in den Kopf. Ich hab' den Kopf jetzt aufgemacht. Was schnitt wurscht du? 9 kmh. Ich fast. So, ich wurscht keine 10 Minuten. Jo, wie cool Lo? Mhm Ich weiß nicht, ob er heißen wird. Das ist glaube ich auch nicht, dass er wird über 30, bergab. In oben. Ich weiß nicht, dass er beim Ladewohn die Zapfen nicht attached hat. Nicht ob er müßt ist. Du bist wo? Mhm. Okay, wahrscheinlich. Ich mag's da mal nochmal weg, wenn du dann vielleicht... ...hat's nicht so ganz lohnt. Das ist teilweise aber das Ding. Das würde ich unten dann manchmal wie laut. Philipp, du fährst rechts und der Nachbarn fährt die andere Seite. Ja. Nein. Ja. 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 Andy, du kommst hier mit ein bisschen was drüber. Ne, niemals. Ne, niemals. Welche Häckle ist gut frei? Auf der Klaus, ne? Klaus ist, ne? Aber da ist ja kein Fahrraum. Aber ich bin jetzt mit dem Ding ohne Fahrraum. Also eigentlich braucht man jetzt einfach noch den Fahrraum, weil... Jetzt gibt es hier und da noch wieder riesen Staub im Auftrag. Ja. 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 Und dann lief, wo dann... Willst du hier? Was? Ob du mit dem Eier hast du hier? Ah, okay. Ach so. Ja, wir können das so aufholen. Ja, passt. Hübsch ist das. So, wie cool bist du? Ich hab jetzt die Send. Das heißt, einmal komm ich noch mal rein und dann kann der Janis noch. Ich habe nur ein Kölbenbrock drauf. Und jetzt? Jetzt. Musik Musik Scheppern År Ich bin der Chosen. Was kann ich jetzt? Irgendwas hat er jetzt gekannt. So. Hier aufhören, Björn. Andy, du sagst schon ein Stückchen, stimmt? Ich hab nichts gehabt. Okay. Ich hab ein Gefühl. Hallo? Ich müsste mal kurz neu schäunen. Ich muss mal kurz was ändern in den Einstellungen. So, das war mir immer noch ein Gefühl. Ich muss nur noch, dass es nicht mehr so ist. Untertitelung. BR 2018 Not a good boy. Andy can sell some of the handbills. Not a good boy. 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 in das neue Jahr und wir sehen uns dann mal wieder, entweder wenn es wieder beim 23 Abschluss häxeln ist oder wenn wir wieder Spaß haben. Also macht es gut für euch.